Hallo zusammen, ich bin Sarah im zweiten Lehrjahr hier im Wohnumple Geheim Utzigen und wir machen hier die Lehre als Kaufmann oder Kauffrau. Ich bin Lorena und ich bin im ersten Lehrjahr. Ich bin Can, ich bin im dritten Lehrjahr und jetzt zeigen wir euch unseren Alltag. Regelmässig telefoniere und organisiere Termine und reserviere Üblichkeiten für Vorstellungsgespräche oder schreiben E-Mails um mit den Bewerbern einen Termin abzumachen. Dass wir vom ersten Kontakt an immer freundlich und zuvorkommen sind, ist selbstverständlich. Der Mitarbeiter holt die E-Tits-Unterlagen wie der Arbeitsvertrag bei uns ab. Mir gefällt der persönliche Kontakt zu den Mitarbeitern sehr. Dabei ist es sehr wichtig präzise zu arbeiten. Bei unserer KV-Lehr ist es wichtig, dass man kontaktfreudig ist und dass man auch Empathie mit den Bewohnern aufbauen kann. Was auch gerade wichtig ist beim Empfang, dass man hilfsbereit ist und dass man auch Freude an der Computerarbeit hat. Ich mache die Lehre im Schloss Utzigen, weil hier sehr auf einen eingegangen wird in der Ausbildung und individuell gestaltet wird und man auch viel Austausch mit den anderen Lernenden hat. Mir gefällt der Austausch mit den Bewohnern. Auch wenn man im Büro arbeitet, hat man sehr viel mit den Bewohnern zu tun und redet auch viel mit ihnen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbt euch und kommt schnuppern. Wir freuen uns auf dich!